Doch nicht. Ach krass. Muss ich gar nicht. Deswegen eigentlich schon mutig gewesen. Und jetzt letztes Spiel von Tschechien hat ein anderer geschossen, der hat auch verschossen. Habt ihr noch ein bisschen Geld auf der Bank? Bei Hertha ist jetzt wieder zum Verkauf und Lars hat aufgegeben. Echt, ja? Ja. Schade. Er hätte sein Regement beendet, aber sowieso einfach geht das gar nicht. Aber hier hatte man immerhin die Fühle, dass die zueinander passen. Ja. Da ist ein guter Kerlchen. Man, hier sind keine Küsten. Unmode. Mann, ich habe hier keine einzige Waffe gefunden. Ich hätte die Fläten einfach abstauben können. Ja. Ich gehe nur noch bis vor hier. Ey, hier sind keine Wachen. Obere Etage Hauptgebäude? Ich habe hier noch keine einzige Waffe. Es ist ein Sniper. Super. Boah, hier sind... Oh Gott. Beide Leute hier. In der Mitteletage? Ich komme. Ganz oben. Ach, da wieder. Hm, okay. Ah. Ich bin ja von Sack in der Typen. Ich komme wieder an Arsch an Arsch Team, ja. Oben werden dann... Ne, jetzt kommt von unten einer. Habe ich. Jetzt kommt von oben einer. Habe ich. Schöner nach oben. Da ist noch einer. Dach, glaube ich, muss eigentlich hochgehen können. Ich gehe nach oben. Auf dem Dach oben. Hallo. Steht Brake hier bei dir. Jan? Ja. Danke. Ich glaube, das war jetzt der letzte da. Na, in der Luft. In der Luft sind es mir nach oben gerade gelandet. In der Luft sind es mir nach oben gerade gelandet. Nimm der bei mir in die Fäuste rein. Was soll denn das sein? Ich meine so eine Dings-Vanate. Hier steppt aber noch einer. Lang, oder? Oben oder Anbau? Anbau. Kommt jetzt rüber, glaube ich, zu euch. Ja, genau. Alter, die CX-9 macht ja so viel Spaß. Mach kurz Herzschlag. Ist sauber. Okay. Bisschen Geld auch immer noch. Ist entspannt. Ach, sie entspannt. Jetzt reicht's mal, ja. Hab noch Geld hiervon. Ah, reicht. Soll ich hochkommen? Warte, warte, warte. Ich spring hier nochmal ab. Ey, der hat Wassen. Wassen. Geil. Ein Raketengasser. Ich hab hier Geld oben abgelegt am Shop. Kannst du mal einen Bock holen? Ah, in dem schwulen Truck ist der Dranada da, der Bastard. In einem Raketenwerfer, oder? Ja, hab ich tatsächlich, ja. Boah, was? Ja, jetzt fährt er weg. Ja, ey, und ich besuche mir grad den Raketenwerfer. Super. Der zeigt den scheiß Raketenwerfer laut unten mit, ey. Ey, ist einer auf dem Dach, bei uns, zum Anbau. Anbau rum, ja. Anbau rum, ja. Nockt. Hallo? Ja, ich höre dich. Weil's da ein Test war. Ach, schön. Komm, den ausgemacht. Ja, schön. Gut. Dann haben wir das erstmal erledigt, ja. Bei einer Platten? Schöneres Problem. Bei einer Platten? Da holen sie einen Block. Guck mal hinten. Raketenwerfer ist von mir. Scheiße. Oh, ne. Jetzt hat er mir die Waffe da oben geblieben. Schau mal, gehst du da oben? Na, fuck, oder? Wollten nur kurz die Waffe hier irgendwie von dem mitnehmen. Ach, was hat denn der? Der hat nur eine Lieferung dabei. Das ist ja praktisch. Das ist ja wirklich sehr praktisch. Das ist sehr praktisch, kann man mal sagen, oder? Ja. Da können wir gleich mal nochmal abwerfen. Meine Plattenwurst. Ja. Ich hab welche. Guck da. Bei den Heldenspinner hat. Wollen wir lang? Tunnel ist? Ja, bin ich. Na, wir können auch in die Dusche direkt. Wo lang, Tunnel? Tunnel ist für Pussys. Hier schnell hoch. Ah, okay. Hm. Ich glaub, das soll ich ruhig noch liegen. Mann. Ich glaub auf dem Dach. Okay. Tatortspuren hier auf jeden Fall. Oh, einer ist hier auf unserer Höhe. Einer ist unten. Draußen an der Mauer wahrscheinlich, wa? Ja. Ja, am Turm. Ich laufe vor meiner Nase hier drüber. Ja. Zwei Leute sitzen im Turm. Hier über mir ist direkt einer. Roter Marker. Gehen wir mal weiter. Voll der Mega Hellseher schon wieder. Freut mich immer, woher die das alle wissen. Hören kann er mich nicht. Hä? Alles klar. Letzter Mann. Geht hier nochmal über den Drop durch den Tunnel rein. Na, mein Internet. Ey, es ist... Sinnlos. Komm mal. Einfach. Bisschen weiter rechts rum gehen. Hier oben rennt Gott in der Höhe. Hier oben rennt Gott in der Höhe. 2. 2. Jaja. Die liegt nur allerhand Stoff. 5. Da hinten ist er. Wow. 5. 9. 9. 10. ist noch einer beim grünen marker ungefähr wo die kommen die kommen hier zwei mann einer geht im keller runter hier im keller sind noch wenig Pascal ein team noch hier ist noch gasmaske die waren nach richtung shop glaube ich können auch hoch aufs dach gehen oder und dann auf die Kante wo die sind ich weiß nicht wo sie sind Hannover da ist einer den auf dem dach habe ich ja warte mal ich habe ein prezi wenn ich sage bescheid ja der rennt rein so müssen wir auf jeden fall den shop im Auge behalten oben auf dem dach ist er jetzt wieder shit break ja sauber schönes Runde schönes Runde schönes Runde D 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 Deshalb bei Sturm.